Alp ist eine Methode. Alp ist eine Methode, 100 Jahre lang den Kulturraum der Alpen gemeinsam zu reflektieren. Eine Woche lang besuchen und untersuchen 5 bis 7 Teilnehmer einen Ort in den Alpen. Während dieser Zeit entstehen Ideen, Texte, Fotografien, Musik, Bilder. In den nächsten 100 Jahren soll es natürlich mehr Alpgänge geben. Die Genossenschaft sucht mehr Gruppen, die Alpgänge unternehmen. So entstehen viele neue Inhalte zu dieser Reflexion. Wir suchen natürlich auch den Übersprung von anderen und zu anderen Projekten. Diesen geistigen Rohstoff verarbeiten wir schon vor Ort. Interessierte verarbeiten die Inhalte dann weiter. Und am Schluss laden wir alle Ergebnisse zum Austausch auf alpgang.de. Jeder Inhalt besitzt einen klaren Vermerk, in welchem Rahmen der betreffende Inhalt genutzt werden kann. Wir freuen uns über Wiederverwertung in diesem Rahmen. Redo werden wir schon mit dem Folgen. Wir sehen uns über ein birltr coloredego Schavner. gyouncer